Hallo Freunde der Muttibeerenbande. Leider gibt es heute auch kein Livestream, da ich leider immer noch krank bin und mich ein bisschen auskorieren möchte und muss. Und ja, das ist halt auch echt blöd gelaufen zur Zeit. Aber ich hoffe, es wird am Donnerstag ein Livestream geben und ich freue mich, wenn ihr alle wieder dabei seid. Und ja, dazu wünsche ich euch einen schönen Tag noch und bis dahin. Tschüss, tschüss, euer Muttibeeren.